Die Psychosomatik ist eine der wenigen medizinischen Fachrichtungen, die den Menschen von vornherein als ganzheitlich betrachten. Das bedeutet Psyche, die Seele und Soma, der Körper, untrennbar miteinander verbunden. Keine körperliche Erkrankung bleibt ohne seelische Auswirkungen und jede seelische Krankheit bedingt auch körperliche Symptome. Darum ist es unsere Aufgabe, neben der Behandlung der körperlichen Einschränkungen auch die seelischen Ursachen, Bedingungen und Auswirkungen zu klären. Darum erhält jeder Patient in unseren beiden psychosomatischen Abteilungen neben den psychotherapeutischen Behandlungen auch die Behandlungen, die notwendig sind, um die körperlichen Krankheiten zu heilen oder zu lindern. Sei es medikamentöse Therapien oder Krankengymnastik oder Bewegungs- und Sporttherapien und andere. Im Vordergrund der psychotherapeutischen Behandlung stehen die Gruppentherapien und die Einzelpsychotherapien. In kleinen Gruppen können die Patienten die Therapie gemeinsam beginnen und beenden und unter der Leitung eines Therapeuten Erfahrungen austauschen. Weiterhin erhält jeder Patient auch einzelpsychotherapeutische Sitzungen, in denen er mit seinen Bezugstherapeuten gemeinsam Therapieziele festlegen und erarbeiten kann. Im Vordergrund unserer Behandlung stehen depressive Krankheiten, Angsterkrankungen, Schmerzsyndrome, aber auch Erschöpfungssymptomatiken, wie zum Beispiel depressive Erschöpfungssyndrome oder das sogenannte Burnout. In der heutigen Arbeitswelt kommt es aufgrund erhöhter Anforderungen, weniger Personal soll mehr Leistung erbringen oder auch durch Probleme am Arbeitsplatz selbst, ich nenne hier das sogenannte Mobbing, zu Einschränkungen, Krankheiten, die zu Krankschreibungen, wenn nicht sogar dauerhaften Arbeitsunfähigkeiten führen. Wir haben deshalb in unserer Psychosomatik einen Schwerpunkt auf die Behandlung dieser Störung gelegt. Gemeinsam mit dem Patienten versuchen wir die Ursachen dieser Probleme zu klären und neben sozialrechtlichen Beratungen kann er Übung, Schulung oder Praktika absolvieren. Dafür stehen neben den ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten auch Ergotherapeuten und Sozialarbeiter zur Verfügung.